1 1 in der nacht und ich spiele hier lake ach da ist ein brief stimmt man merkt das ist 1 ist das aber noch nicht der letzte brief ein brief haben wir glaube ich noch da haben wir zwei pakete noch es ist doch eine schnelle runde glaube ich ein bisschen später müssen wir ein bisschen weiterfahren und wir haben jetzt nicht an jeder ecke jemanden mit dem reden müssen schade das ist das wirklich abgelehnt hat das nervt mich jetzt nicht wirklich so dass ich das abgelehnt haben somit haben wir jetzt dann vielleicht in zwischen sequenz weniger also das ist natürlich sequenz aufgabe sogar weniger weil jetzt dann werden wir wahrscheinlich heute abend vor dem dancer sitzen und nichts tun müssen oder oder zumindest irgendeinen tag mal ich weiß gar nicht wann die gehen wollten oh dear you're a sight for sore eyes oh hi miss j Mildred how so we're you're really that happy to see me it's just this week it's all a bit much for me i need to get my hair done for sundays a special evening but i can't leave my cats alone and then all of a sudden frank has gone missing he still needs to bring me an on Die Envelope, bitte sag mir, dass du es mit dir hast. Ich glaube, das ist nur eine Postkarte. Aber was bedeutet das, dass er dir eine Envelope braucht? Oh, keine Nose-Pose, Meredith! Oh, mein Gott, mein Gott! Er kann nicht nur in den Hügel verliehen, kann er? Ich wünsche dir, dass er wo er ist. Oh, Franky, mein Gott. Er macht mich zu viel Angst. Und ich muss den Hügel verabschieden, aber was, wenn ich nicht wiederholen? Vielleicht könnte ich nach deinen Katzen sehen. Kann ich gerade nicht nachgucken. Ich bin nur in den Hügel verabschiedet. Und die Katzen. Tomorrow night? Kann ich gerade nicht nachgucken. Oh, vielen Dank, dear. Nur auf 7 Uhr und sieben so viele Kugeln, wie du möchtest. Aber da haben wir sicher nichts, oder? Nö. Freitag. Warte mal, ich glaube, die fahren doch morgen, oder nicht? Donnerstag, haben die doch mit dem Wohnwagen. Deswegen haben wir da jetzt nichts. War mein Fehler, war mein Fehler. Tut mir leid. Ne, warte mal, es ist heute, gell? Ja, kann es schon sein, dass wir heute wegfahren. Ja, guck mal. Da haben wir schon noch von Reden mit wegfahren. Vielleicht können wir noch mal die Chance. Oops. Ich habe das Paket in dem Fahrzeug verlassen. Oh, okay. Stimmt, hier ist ein Paket. Was auf Perth haben diese Leute gekauft? Lori, was gibt's? Meredith! Schau an das Haus auf Rücken. Ich habe keine Ahnung, woher es kam, aber es ist absolut verrückt. Das war hier von Mickey und June. Das junge Mann bei der Lake Campground. Oh, wirklich? Und jetzt was? Sie sagten mir, ich könnte es haben, wenn ich wollte. Und ich denke, ich will es. Wenn ich es hier hier lassen kann, dann kannst du es auch schlafen. Du sagst, ich liebe es schlafen. Aber es braucht viel Arbeit. Es kann hier so lange wie du brauchst. Gut zu hören, Lori. Ich kann schon hören, die Kogs in deinem Kopf springen. Was sind deine Pläne? Also, wenn es hier ein paar Jahre ist. Ich würde es einen Namen geben. Ich kann es einen Namen geben. Ich kann es so schön haben, und es nicht einen Namen geben. Wie geht es? Die Sea Turtle. Big. Slow. Washed up. Just like a turtle. Just like a turtle. Or the raccoon. Because it's got brown spots and is full of trash. Or the hermit shell. It had many owners over the years. Just like the shell of a hermit crab. I like the sea turtle. Good choice. I'll get working on it right away. See you later. Bye. Bonjour Madame as well Meredith. Je suis, äh, studie, le français, ähm, what's the word? Maintenant! Aha. Sehr schön. Kann ich da jetzt immer was machen auch bei dem Ding? Sieht da aber trotzdem ordentlich ja nicht aus. Aber ich glaube, ich weiß nicht ob ich da wirklich was machen noch kann oder nicht. Ich... Ich meine... Was war das Ding dann hingestellt? Ich hab keine Ahnung. Aber sonst hat man noch jeden Tag immer Aufgaben gehabt, ne? Eigentlich ja. Keine Ahnung. Wir sind ja in der Früh losgefahren. Oder was? Und in der Früh sind wir ja hier jetzt mit dem Wagen unterwegs. Also ich glaube, wir hätten das sowieso nicht machen können. Die muss dann noch übernachten und dann das Ding in der Früh abstellen und dann sind sie weg. So, dann machen wir wieder ins abgelegenste Kaff. Ich meine, ich glaube nicht, wenn wir das Ding jetzt genommen hätten, dass es dann wirklich so schlagartig auf einmal so, ja, Polizei und alles. So gewesen wäre, ich weiß es nicht, vielleicht hat noch sowas gefunden, was wir der Polizei vielleicht Bescheid hätten geben können. Wo könnte das jetzt sein? Das sieht schon ein bisschen beliebt aus. Hier bin ich treffen. Oh. Oh. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Das ist gut. Good stuff. Important delivery. Oh, for Christ's sakes, go away. If I've told you once, I've told you a thousand times. You must have me confused with someone else, sir. Oh, bloody heck, do I sound like I care? You lot are all the same to me. Just go away. Why, how many yokels are there in this backwater town? Do they realize people come out to these kinds of places because they're supposed to be remote and quiet? It's not that. It's just that not everyone up here in these parts feels comfortable with us leaving packages on their doorsteps. I, I do beg your pardon. I, yes, I am expecting a package. I didn't know you were from the Postal Service, ma'am. Should it even matter who I am? Shouting at random strangers is generally considered rude. All right, all right, all right, I'm sorry. It's just, I've been under a lot of pressure lately from my publisher as well as my wife. I do appreciate your driving all the way up here. And Lord knows I'll be needing those ribbons. Just please leave them on the porch and thank you. You are welcome, sir. Hmm, hmm, all right. Now, where was I? She threw the key in the lake. Then what happens? Oh, Christ's sake, she made me lose my bloody train of thought. No, wait, I got it. And then he says... Der ist schwer beschäftigt. Okay. Muss ich wieder Leute belehren? Gibt's denn nicht? Na ja. Ist halt so. Just so möchte ich wissen, was mit Frank Loves ist, ob der einfach abgauen ist. LNG ist jetzt auch komplett, glaube ich, weg. Der 22. Also, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Der 22. Mann ist denn das? Okay. So, jetzt geht das Buch noch gar nicht. Hm. Ah ja. Jetzt bin ich, glaube ich, falsch gefahren. Ich hätte vielleicht doch auf der anderen Seite lang gefahren sollen. Naja. Wir haben Zeit. Wir haben ja eh nichts zu tun heute. Vermut ich mal. Da, 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 da. Morgen müssen wir dann halt auf die Katzen aufpassen. Das bedeutet jetzt, weil ich ja das, glaube ich, verweigert habe mit dem Wagen, dass wir jetzt einfach Zwischensikons haben, Abendprogramm und dann am nächsten Tag einfach wieder Post austragen. Naja. Ich habe es mir jetzt so ausgesucht. So, Feierabend. Gott sei Dank. Hat doch ein bisschen länger gedauert, kommt mir zuvor. Guten Abend, Frau Weiss. Guten Abend, Herr Morgan. Ich wollte Ihnen wissen, dass heute mein letzter Tag hier hier war. Ich sehe. Also, danke für die Hilfe. Woher geht es jetzt? Das ist alles, was ich sagen muss. Good luck. W- Okay. Das ist so ein komisches Gestalt. Na, ho, duck. Hallo? Hi, Em, es ist mir, Kay. Oh, hi, Kay. Good, du bist nach Hause. Hör, ich weiß nicht, ob du heute Abend bist. Und ich würde dich nicht normalerweise beurteilen, aber ich bin in einem großen Bickle gerade im Moment. Und jetzt, ich bin mir in einem großen Bickle. Oh, thanks, Brain. Okay, so this is going to sound like I'm 16, but I have these tickets to a really big concert tonight for Barry and me, and it seems the babysitter has just bailed on me. All right, so maybe the babysitter part doesn't sound like I'm 16, I hope. Anyway, it's Journey, so I'm like, oh, I need to go tonight and I got these tickets ages ago. And it's a long drive to Portland, so we'll probably be out all night. And I promise you I've called everyone and their brother beside. They're really good kids to watch tonight. Whoa, 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 whoa. Can I get a shortcut to the question? Yeah, sorry. You're totally right. I'm blabbering on R&I. Okay, don't freak out. You got this. All right, recap. Journey tonight in Portland, got tickets, sitter bailed. So I guess you figured out by now that I'm awkwardly trying to ask if maybe you could do me a huge favor and watch Grace and Max tonight? Hey, it's fine. Don't worry. I'll babysit tonight. Oh, my God, you serious? That would help me out in such a big way. And I would owe you big time. Huge. No problem. So, what time do you need me? You're a lifesaver. As soon as you can make it. You don't have to bring anything. There's food, videos, even a cardboard replica of Apollo 11 with a set of matching helmets. You're covered. See you in a bit. All right. See you. All right. Who wants s'mores? Let's get on. Hey, hey, hey. Guess who's back? Frank? I didn't expect you here. I'm so happy to be here again. I guess Morgan didn't stick around to welcome me back. Good riddance. Hell yeah. That clueless piece of work. What happened the last few days? Well, what can I say? Don't mess with the big boys. I guess they didn't understand that some of my customers do a little more than talking about their cats. Ooh, this sounds very juicy. Frank Coleman's no stranger to the high-stakes game. I've got lawyers in my inner circle. All it took were a couple of lawsuit threats. Sweet. That should keep them off our backs for a while. Haha, yes. But that buffoon will be back. You can bet on it. What odds can you give me? Haha, Meredith. I'd better get back to work. Oh, that's right. So, and we're going to drive again. A very good morning, Providence Oaks. P.O. positive for pet peeve. I wonder what it'll be today. Actually, no. Nancy, the floor is yours. Yeah, Jack, I've got a pet peeve. Why do people start fave coughing when I'm smoking in my store? If you don't like it, just leave. So. Muss ich nicht noch die Kamera zurückbringen eigentlich bald mal? Sie ist ja irgendwie so, ne? Wenn sie die zurückbringen muss. Auf Mildreds Katzen aufpassen, das haben wir heute. Und das mit dem Festival, das ist noch nichts eingetragen. Okay. Naja. Und wieder Pause. Aber heute mal viel Briefe sogar. Jetzt haben wir hier gerade noch ein Paket. Auch schön. 402. Ich hab ja nicht gedacht, dass es immer mehr Pakete werden über den Zeitraum, die wir hier spielen. Aber doch nicht. Das ist ja gleich dann irgendwann mal geblieben. Ich hab ja nicht gesagt. okay no that sounded better in my head someone's in a good mood today yes thanks for looking after max and Gracie last night you were a real trooper for stepping in last minute no problem they were great I appreciate the lie so how was the concert oh yeah man journey is so good those songs have been stuck in my head all day that sounds great I know right there's just so much cool stuff being created right now you know I mean journey was cool I got to know them through Barry at first but I tell you if Prince or New Order ever came to Portland I would sell my spleen for tickets still into music huh oh and I haven't even mentioned Cyndi Lauper or Run DMC or Stevie Wonder and before you go there I know you're probably setting up a joke about spleens and Hammond organs right now jokes on you because I don't even know what that means you know music organ body organ never mind all jokes aside though I spent half the concert thinking about how I haven't really focused on my own music for a while now kids work all that stuff so much going on and I mean I love tinkering but right now I'm not sure I'm even creating anything cool or just you know not even Barry is allowed to listen to my songs at this stage to be honest I'd love to hear your music sometime I'm sure it's great thanks for the vote of confidence maybe I'll hold you to that I was thinking I have a mixtape with some of my stuff you know just something I've been trying out with my new synthesizer I'd be honored that's great it's just something I've been playing around with don't expect any fireworks and hey don't tell me what you think yet yeah you'll be my secret special audience of one so I can get used to the idea of an audience would this have anything to do with Sunday evening okay don't tell anyone but I'm thinking of performing a song on my new synth this Sunday holy crap I just said that out loud dude you are coming to the open mic right of course that's great wild horses couldn't drag me away but act cool yeah no one else knows yet see you there sure thing have a great day thanks you too gut da bin ich mal gespannt wie das wird der Sonntagabend genau da ist es schon eingestanden die schon im hirn so